Das haben Sie letztes Mal verpasst. Und diesmal? Packt die Zahnbürste ein. Schalten Sie wieder ein und gewinnen Sie mit etwas Glück eine tolle Reise. Wenn es wieder heißt... Aachen oder Aruba? Das ist hier die Frage. Packt die Zahnbürste ein. Die überraschende Reiseshow zum Abheben. Heute 22.05 Uhr in Sat.1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017